Herzlich willkommen, gibt's doch Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab, Leute? Gucken wir uns mal an, was der Markt hier macht. Wir sind wieder etwas im Grün. XRP hat mal so einen richtigen Moonshot gemacht, Leute. Wir sind auf dem Mond bei über einem Dollar. Spaß beiseite, Leute. Das ist lustig, weil so viele gegen XRP haten. Und hey, da hat er jetzt mal ein paar Cent wieder gut gemacht und da müssen wir uns leider mit sowas zufriedengeben zurzeit. Aber hey, fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Für die, die neu auf dem Channel sind, ich bin privat mit 70% meines Portfolios in XRP drin. Leute, man muss auch manchmal darüber lachen können. Wir wissen, wo die Reise hingeht. Wir glauben an das Projekt und wir lassen uns dauernd nicht beirren. Und darum, einfach lachen, Leute. Das wird noch aufgehen bis zum Ende des Bullruns. Bin ich felsenfest von überzeugt. Aber gucken wir uns mal an. Was hat Ethereum hier gemacht? Ethereum geht mal durch die Decke. Richtig viele haben schon gesagt, ach, das war's. Die Puste ist bei Ethereum aus. Geht wohl wahrscheinlich nicht mehr hoch. Der ist wieder mal kurz vor seinem All-Time-High. Wir sind, glaube ich, nur 100 Dollar davon entfernt, das All-Time-High zu knacken. Wir gucken uns den Ethereum-Preis auf jeden Fall an. Denn der gesamte Markt ist, wie wir hier sehen können, ein bisschen mehr im Plus. Entschuldigt, meine Stimme ist noch nicht komplett wieder da, aber mir geht es auf jeden Fall schon mal wesentlich, wesentlich besser. Ihr merkt schon, die Power ist wieder da. Es geht wieder komplett aufwärts, Leute. Wir haben interessante News für euch. Nichtsdestotrotz, guckte ich das mal an. Über 15.000 Coins auf dem Markt. Was ist denn da los jetzt schon wieder? Verrückt. Es kommt wieder Liquidität in den Markt. Wir haben die 2,6 Billionen der Marke wieder geknackt. Sehr, sehr schön zu sehen, dass Geld in den Markt reinfließt. Guckt euch das mal an. Bitcoin hat nachgelassen an der Dominanz. Wir sind bei der 40,7. Super, super interessanter Setup. Wenn jetzt im Dezember dieser starke Anstieg kommen wird, dann wird Bitcoin von diesen 40% richtig schön hoch launchen. und macht dann genau den Setup, den wir erwarten, wenn der Buran zu Ende geht. Gucken wir mal. Währenddessen geht Ethereum mal so richtig steil. 41,1%. Wundert nicht, wenn Bitcoin ein bisschen fällt oder stagniert und Ethereum in dem Moment stark steigt. Das ist halt das Resultat dann. Binance Coin aber auch richtig stabil. Schaut euch das mal an. Der ist wieder über die 640er Marke. Schön, schön anzusehen. Was macht der Fear and Greed Index? Der Markt hat sich jetzt nicht ganz so bewegt, wie wir es erwartet haben. Als auch die Börse, die ist mal so richtig eingeknickt. Wir haben fast die Preisbereiche beim Dow Jones erreicht, wo Robert Praktor gesagt hat, da werden wir jetzt in den Bärenmarkt gehen. Sind wir nicht weit weg von gewesen. War schon ein bisschen spannend. Gucken wir uns auch gleich an. Aber ja, das wirkt sich halt wieder aus. Preise entwickeln sich nicht so, wie die Anleger das erwarten. Und dann geht alles direkt wieder in Angst über. Aber bevor ich jetzt mit den News starte, Leute, liked das Video, wenn ihr mögt, was ihr hier seht. Guckt das Video von vorne bis hinten durch und teilt das Video auch gerne, wenn ihr den YouTube-Algorithmus so richtig durchschütteln wollt. Und falls ihr tägliche News zu Kryptos und Hintergrundwissen zu Altcoins haben möchtet, dann abonniert den Channel auch. Haut einen Chuck Norris Roundhouse Kick, einen gesprungenen Drehkick wie Jean-Claude Van Damme oder einen Hulk Smash da drauf. Was sind wir hier auch von den drei Optionen, die ich gerade genannt habe? Favorisiert, Leute. Okay, gucken wir uns das mal an. Solana macht wieder super Schlagzeilen. Reicht nicht, dass das so einen richtigen Moonshot gemacht hat. Solana ist gar nicht mehr fassbar. Ist irgendwo auf dem Mond. Lohnt sich für mich noch nicht, da rein zu investieren. Ich warte, bis er im Bärenmarkt wieder auf die Erde zurückkommt, damit man da nochmal schön nachfüllen kann. Damit man die Reise an dem Mond vorbei bis zum Mars beim nächsten Mal mitnehmen kann. Aber Grayscale hat jetzt auch ein Solana Trust angeboten, beziehungsweise bietet das jetzt an, was ein weiterer Katalyst sein kann, um eventuell bis zum Ende des Bullruns nochmal einen schönen Schub bei Solana reinzubringen. Grayscale ist der größte Vermögensverwalter, was Kryptowährungen angeht, weltweit und bringt halt genug Publicity, bringt halt genug Reichweite. Und das kann wirklich dafür sorgen, dass das ein weiterer Katalyst sein wird, dass Solana nochmal einen schönen Anstieg nach oben sehen wird. Fand ich auf jeden Fall super, super interessant. Was haben wir jetzt noch? Ich habe euch gestern berichtet gehabt, dass der gute Senn 1,5 Milliarden, ich habe Billionen gesagt, wenn ich auf englisches B sehe, denke ich immer an Billionen, aber das englische Billion ist die deutsche Milliarde. Darum nett von einigen auch, danke euch, dass ihr auch darauf hingewiesen habt, dass ihr meine Fehler da ein bisschen korrigiert habt in der Comment-Section. Also, hier sind es Millionen, also Million ist Million auf Deutsch auch, da kann ich keine großen Fehler machen, aber jetzt auch Borderless Capital launcht ein, 500 Millionen Fonds an Algorand, um DeFi und NFTs auf der Plattform, beziehungsweise Blockchain von Algorand hier zu entwickeln. Algorand ist einfach einer dieser Projekte, ich habe euch gesagt, das ist einfach ein Projekt, es hat Zukunft, dieses Pure Proof of Work, was die anbieten, ist auch einzigartig, auf die Art und Weise, wie es Algorand macht. Hier unten wird noch einmal beschrieben, dass Matt Sang mit City, former City X, hier mit 1,5 Billionen in Venture Fonds in Algorand reingegangen ist. Darüber haben wir gestern ja berichtet gehabt. Das geht einfach steil, Leute. Die meisten verstehen einfach nicht, was für eine Technologie Algorand ist und was sie mit sich bringt. Und wenn so viele Institutionen mit so, mit mehreren Milliarden zusammengenommen, da reingehen und hier rein investieren, Leute, glaubt es mir, dann ist es ein Investment wert. Wir sind in Algorand drin und werden im Bärenmarkt nochmal so richtig aufstacken. Ich glaube an diese Technologie und sie ist einfach faszinierend. Was haben wir noch gehabt? Es haben einige gefragt gehabt wegen Hedera Hashgraph. Jetzt habe ich einige interessante News nochmal gefunden gehabt. Kevin Cage hat darüber berichtet gehabt hier. Sehr, sehr interessant. Eine südkoreanische Bank beziehungsweise einer der führenden südkoreanischen Banken, die Shinhan Bank, hat heute announced, also heute war der 29. November, vor zwei Tagen, dass sie ein Proof of Concept entwickelt haben, auf der Basis von Hedera Hashgraph mit einer globalen Megabank außerhalb von Korea, welches Stablecoins anbieten soll und internationale Geldtransaktionen damit abgewickelt werden sollen. Dabei arbeiten sie mit Hedera Token Service und mit Hedera Consensus Service und wollen mit diesem Projekt darauf zielen, dass sie Stablecoins herausgeben und an den Mann bringen und wollen damit finanzielle Use Cases anbieten. Vor allem in diesem Sektor, wo es halt hohe Gebühren gibt, lange Wartezeiten und wo man sehr schwer tracken kann, wo das Geld gerade hingeht, vor allem in Cross-Border-Remittance, das heißt in grenzüberschreitenden Transaktionen. Wenn das über Swift läuft, weiß man gar nicht, welche Instanz gerade was bestätigt, damit das Geld durchgeht. Bis zu einer 6%igen Fehlerquote, steckt auch noch da drin. Und das sind einfach mega Neues. Hedera Hashgraph hat auch Partnerschaften mit Ripple beziehungsweise dann auch mit dem XRP-Projekt. Sehr, sehr interessant, in welche Richtung das geht. Wie ich schon gesagt habe, Hedera, also H-Bar, der Token auch, ist einer der Projekte, in dem wir im Bärenmarkt aber auf jeden Fall rein investieren werden. Auch Leute, mit anderen Projekten auch, die werden wir euch noch präsentieren. Auch sehr, sehr interessante Projekte, sehr zukunftsträchtige Projekte. Und ja, es geht in die richtige Richtung, Leute. Wir haben immer mehr und immer mehr Adoption, immer mehr Anwendungsfälle in diesem Kryptomarkt. Und das geht einfach, einfach in die positive Richtung, Leute. Was war hier los? Natürlich müssen wir euch auch negativ Schlagzeilen hier präsentieren, wenn es auch mal was Schlechtes zur XRP gibt. Und hier hat ein Entwickler auf der XRP Ledger gesagt, sorry Leute, we are already working about the clock. We are already working around the clock. Also da gab es wohl ein Problem. Die XRP Ledger kann diesen Ansturm nicht handeln, hat er gesagt. Und es geht hier aber nicht direkt um die XRP Ledger, sondern um die Anzahl von Trustlines, die versuchen, auf die XRP Public Node zuzugreifen. Und dabei ging es gar nicht um die Transaktion pro Sekunde. Das heißt, es kommt gar nicht auf die Transaktion pro Sekunde an, weil noch davor, wenn, 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 was weiß ich, Kunden von, von XRP, die, die XRP Ledger nutzen, mit ihren, die Apps versuchen, auf die XRP Ledger zuzugreifen, machen sie das über die, über die Nodes. Und es werden hauptsächlich, geht es hier um zwei Nodes, die von Ripple selber betrieben werden. Und das sind halt Nodes, die kostenlos sind. Die sind öffentlich zugänglich. Und wenn jetzt halt so viele Applikationen von externen versuchen, auf die, über die Nodes auf die XRP Ledger zuzugreifen, dann gab es hier wohl ein, ein Overload und das haben, hat, haben die Nodes nicht richtig gehandelt bekommen. Das hat aber letztendlich nichts mit der XRP Ledger und mit den Transaktionen pro Sekunde zu tun, sondern das, was da vorgeschaltet ist. Und auf diese Art und Weise haben sie es noch nie getestet gehabt, dass das, dass das so eine Scalability bekommen kann, was letztendlich ein super positives Zeichen ist, Leute. Weil wenn so viele Entwickler jetzt ihre ganzen Trustlines und ihre ganzen Apps auf die XRP Ledger langsam aufbauen, auf eine Art und Weise wie Ripple das vorher nicht kalkuliert hat, dann zeigt uns das, dass der Ansturm noch viel größer ist, als Ripple gedacht hat. Und das Ganze können diese Leute eigentlich auch, oder beziehungsweise diese Entwickler oder die App Betreiber oder die die Trustlines über die XRP Ledger laufen lassen wollen, umgehen, wenn sie 100 Euro für ihren, für einen eigenen Node investieren würden. aber ja, natürlich nutzt man dann gerne lieber die kostenlose Public Notes, die Ripple auch anbietet. Und er hat hier gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber über eine Hardware-Lösung, wenn man eine, wie hat das genannt, Master History Notes, ich denke mal, das ist einfach eine Erweiterung an Servern, die das besser tracken können, kann man sowas umgehen, aber sie arbeiten auf jeden Fall daran, dass Ripple hat da mehrere hunderte von Ingenieuren, die an sowas arbeiten und Entwicklern und sie werden auf jeden Fall eine Lösung für so ein Problem finden und ich halte das für wesentlich undramatischer, als so viele das jetzt darstellen, so, oh nein, Negativschlagzeilen, XRP wird nie wieder durch die Decke gehen. Meines Erachtens nach sind das sogar Informationen, wenn wir kurz bevor so einem Ausbruch stehen, die eventuell dafür sorgen sollen, dass mehr Leute nochmal verkaufen, damit man so richtig günstig einkaufen kann und das Ding durch die Decke schießt. BitBoy hat auch gestern erwähnt gehabt, dass gestern 40 Millionen an eine Börse transferiert worden sind, die dann sofort verkauft wurden und erhält das halt auch für eine Manipulation beziehungsweise einen manipulierten Move, aber gut, gucken wir mal, ich weiß jetzt nicht, was 40 Millionen verkaufte XRPs großartig mit dem Preis anstellen sollen, bei einer Anzahl von ungefähr über den Dorn gepeilt 50 Milliarden, die gerade im Umlauf sind, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so große Auswirkungen haben wird, aber wenn wir uns das noch einmal anschauen, wir sind bei über einem Dollar, wir haben den Triangle hier einmal nach oben hin verlassen, sind jetzt runter, haben den einmal nach unten hin verlassen, sind wieder in einem V-Bottom gebildet, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass das so ruckartig nach oben wieder ging, sind wieder Richtung oben und das ist für mich ein riesen, riesen Setup, so wie es auch hier ähnlich 2017 war und wenn wir auch uns die FIPS noch einmal ziehen und schauen, in welchem Bereich wir uns jetzt genau befinden, ist das auch nochmal ein super, super interessantes Zeichen, schaut mal, wir sind genau bei der 23,6 Fibonacci Retracements und testen den jetzt gerade wieder an, also wenn von hier aus kein katapultartiger Lunge nach oben bevor steht und es sind viele Newcomer, die verstehen oft nicht, wenn ich sage, es steht uns bevor, die denken, es muss jetzt irgendwie in den nächsten Tagen oder Stunden passieren, wenn ich sage, es steht uns bevor, kann das einen Monat noch vielleicht dauern, aber man darf nicht in so kleinen Zeitrahmen denken, wenn man im Kryptomarkt ist oder wenn man in der Börse ist, wenn man da sagt, wir stehen kurz vor einer Explosion in der Börse kann das noch, was weiß ich, vier, fünf Monate dauern, bis diese kurz vor Explosion passiert, darum, wenn ich sage, wir stehen kurz vor einer Explosion, dann kann es sich um zwei, drei, bis vier Wochen noch handeln, bis sowas passiert, aber das wir kurz davor stehen, das ist für mich so klar wie Kloßbrühe, Leute, gucken wir uns mal an, was macht denn Ethereum hier, Ethereum macht das, neue Strecke, neues Glück, ja Leute, macht Ethereum, guckt euch das mal an, der geht einfach mal durch die Decke, wir haben fast das All-Time-High wir erreicht, schaut mal, wir sind nicht mehr weit weg vom All-Time-High, wenn wir uns mal angucken, was wir hier ABC-technisch getan haben, wir haben einen Höhepunkt gebildet gehabt, wir haben eine A, wir haben eine B und wir haben eine C-Correction hier abgewickelt gehabt, und wo testen wir gerade an, wir testen gerade genau diesen B-Lag an, Leute, wir testen genau diesen B-Lag an, schaut euch das an, super, super bullish, wenn wir uns die FIPS auch nochmal dazunehmen, welche Bereiche haben wir durchbrochen, schaut euch das mal an, wir haben die Fibonacci-Retracements von 78,6 durchbrochen, wir sind einmal rübergewickelt mit dem Candle-Stick, haben uns drunter gehalten, heute sind wir darüber geschossen, aber wie wir darüber geschossen sind und haben auch noch den B-Lag angetestet, also wenn es bullish geht, dann sieht das so aus, Leute, egal ob wir jetzt nochmal eine kleine Korrektur sehen, bevor dieser Ausbruch kommt, das sind super, super Setups und super, super Zeichen dafür, dass wir bald neue Autos im Heiß knacken werden und wenn Ethereum schon den Weg weist und uns sagt, hey, ich gehe nach oben, glaubt ihr dann wird Bitcoin klein bleiben und Bitcoin wird komplett runter korrigieren? Bitcoin wird so richtig loslegen und Bitcoins Dominanz zeigt uns das auch, da es jetzt erstmal gefallen ist und was passiert? Bitcoins Dominanz muss erstmal so richtig steigen, bis diese große Rotation stattfindet und meines Erachtens nach sind wir kurz vor diesem Setup und was macht es jetzt? Guckt euch das an? Es hält sich genau in diesem Preisbereich von 78,6 Fibonacci Tracements wir flaggen jetzt zur Zeit hier in dieser Phase was auch super super bullish ist Leute wir sind hoch haben hier beinahe den B-Lag den wir hier gesetzt hatten einmal sind noch ein bisschen drunter geblieben ein interessanter Preisbereich wäre das auf jeden Fall zwischen diesem B-Lag den man hier gebildet hatte nach dem Hoch den wir beim April hatten beziehungsweise nach dem Alltime High den wir im April hatten runter korrigiert den B-Lag gebildet das ist genau dieser Bereich wäre das hier nochmal ein sehr sehr spannender Bereich weil wir hier an der Stelle super super starken Support hatten dieser Bereich schaut euch das an hier in diesem Bereich haben wir super starken Support gehabt wie wir hier sehen können wir haben den einmal zweimal dreimal mehrfach angetestet sind einmal runtergebrochen hoch haben wieder stark haben hier wieder starken Support gefunden bis wir den neuen Art einmal gebildet haben und wenn wir diesen Bereich hier antesten würden beziehungsweise durchbrechen würden wäre das ein super super Zeichen welcher Preisbereich wäre das 61.000 ungefähr wäre super wenn wir den einmal durchbrechen könnten und natürlich habe ich mir die VPVRs einmal vorher angeguckt gehabt und wenn wir uns das auch nochmal hier ansehen ist das ein Bereich wo wir ein sehr sehr hohes und starkes Volumen hatten darum wäre das super wenn wir diesen Bereich einmal knacken würden es sind sogar genau die 60.907 genau dieser Preisbereich wäre das wenn wir den einmal knacken würden wenn wir dort drüber kommen wäre das ein super bullisches Zeichen ich ziehe das noch einmal hier kurz in die Länge nichts des trotz kann es sein dass wir noch einmal ein bisschen runter korrigieren ich würde es gerne nochmal sehen um diese Sicherheit zu haben dass das letzte Tief hier auf jetzt gehen wir nur noch nach oben kann auch passieren aber wie gesagt wir sind beobachter auf dem markt wir warten ab und schauen was hier passiert ich erwarte diesen move nach oben auf jeden Fall wann würden wir jetzt wenn wir die FIPS ziehen die Fibonacci retracement von 70,2 78,6 knacken das wäre dieser Bereich hier genau kurz vor dem vor der Spitze des B-Lags was auch super was ich genau meine wie wir sehen können ist der candle body genau an der 78,6 Fibonacci retracement wenn ich den jetzt einmal raus nehme das war genau dieser Bereich und jetzt schaut mal gucken wir uns das mal an was wir abc technisch gemacht haben bei dieser korrektur nach unten das war eine A das war die B und das war die C Correction und genau dort hier in diesem Bereich dort war die Fibonacci retracement von 78,6 und ihr wisst das sind immer diese wichtigen Bereiche die wir einmal antesten bevor wir ausbrechen so wie wir es bei Ethereum uns gerade angeschaut haben sehr sehr interessant was hier passiert Leute ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Tag wir